Ja, alle gut drauf hier? Wenn die, die uns noch nicht kennen, mal kurz vorgestellt, wir sind John Barrow! Okay, dann haben wir den Schreier hier. Kommen wir zu einer sehr schönen Nummer. Unsere Scheibe ist ja draußen, kennt ihr die? BOMBERD YOU SOUL! Wer sie noch nicht kennt und die Feinde dabei findet, könnte gerne an unserem Bachelor oder der rechten Seite da vorne bei der Hülle, vielleicht bei der L.P. oder Semptius an T-Shirts, oder ich kann bei dem Surf kaufen und hier von der schönen, schönen Hey, ist das Eis hier oben? Okay, und von dieser schönen, schönen Scheibe, BOMBERD YOU SOUL, ein sehr schöner Song über die Ängste der Angst meiner Angst. Hört sich scheiße so an, ne? Hört sich auch scheiße an, aber hier ist Fear the Fear of Mad, Fears, enjoy it! Wra wunderschön! So wie schön ist der Hölle! Oh SKSen Vorsitz! Hey, 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 hey. Hey, 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 oh. Ja, 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 ja. subjected mich an den Leisen war. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017